Echt, Kalou. Kalou, komm zurück hier! Na, warte, na, warte, na, warte. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Zu früh, Kalou. Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Was in die Hölle? Was in die Hölle? Edgar Kalou, du bist für den Verwalt von Everett Gage. Oh, ja. Wie der Grinz. Voll geil. Der Fall, der dich macht, der dich schreit. Der Fall, der dich schreit. Der, der dich auf der Nacht wartet. Der Fall, der sich schreit. Deroll? Das ist der Fall, der sich ein Barsch aufzunehmen, als du die Was-Ifs, die Might-Auf-Bins, die Half-Leads, die Half-Truths. Das Fall, der andere Körner schlägt, wenn du durchst. Das Fall, das du niemals, niemals diskutierst. Gott's-Mill kann langsam schlafen, aber es schlafen schlafen, son. Ich höre, dass es du, der nicht der Malefaktor aus der Führung. Ja, Herr. Dann sag mir, Boyle, ich höre, dass du ziemlich der Climber bist. Ein Mann von Initiative. Wie würdest du eine Chance auf schlafen, diesen Mann mit der Schwung der Justiz? Du fragst mich die Interview, Herr? Ich bin, Junge Phelps. Du hast nur mit uns einen kurzen Zeit, und du hast einen Steller-Arrest-Rekord gesammelt. Nicht zu erwähnen, die gute Arbeit, die du in der Krieg gemacht hast, senden heathen zurück in die Hölle, die sie kamen. Aber ich bin interessiert, ob du deine Hand in die Interrogation kannst. Es braucht ein bestimmtes Einzelnen kommen, Mann. Du denkst, dass du bereit bist für das? Ja, Herr. Ich denke, ich bin. Ein guter Mann. Du brauchst viele Dinge für eine Verkaufung, Junge Phelps. Ein Motiv, eine Chance, eine Schwung, eine Schwung, und am besten, eine Confession. Wenn du in der Vergangenheit verlierst, kannst du immer eine Verkaufung der Verkaufung nutzen, kannst du immer eine Verkaufung der Verkaufung nutzen. Wie fühlst du das? Fine, Herr. Sehr gut. Die Wahrnehmung ist überraschend. May der Katte ihn essen und der Katte ihn essen. Bring mir eine Confession, Junge Phelps. Das ist deine Chance. Ich mach' ihn fertig. Ja! Puh! 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 Verrückte Morge, Junge! Nein, okay. Erstmal auf die Weiche trug. Ich will meinen Verkaufung sehen. Ein Verkaufung kann dir nicht helfen, Herr Kalou. Du hast einen Mann sterben und kaltes Blut gebrochen. Du musst das bezahlen. Streit mit Gage. Du folgst Everett Gage und eine Frau zurück in die Schoestore. Du legst fünf Runde in Gage zurück. Gage war ein Verkaufung. Alles was er hatte, hat er gekauft. Aber es hatte nichts mit mir zu tun. Ich glaube, er lügt. Du hast ihn geschlagen, Gage. Und wir wissen, warum. Wir können dich in die Szene setzen. Du kannst nichts tun. Was haben wir denn? Du hast nichts mit dir. Falsch. Du wirst sofort aus der Kirche schlafen. Ich muss nur meine Mund schlafen. Und warte, dass du dich in den Zirkeln schlafen. Wir sind fertig. Nichtsdestotrotz, dass du einen Schmuck von dir machen willst. Du wirst mich zufrieden, Leute. Geh zurück in da und schreit einen Lumpf, Junge! Ich brauche eine Konfession! Ich bin ein Verkauf, ich will meinen Verkauf. Ein Verkauf kann nicht helfen, Herr Kalu. Wir haben ihn in. Du folgst Everard Gage und eine Frau zurück in die Schoenstelle. Du legst fünf Rund in Gage zurück. Gage war ein Verkauf. Was er hat, hat er was gekommen. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Ist nicht ein Verkauf. Du siehst Gage, weiß nicht, warum wir. Wir können dich in die Szene setzen. Du kannst nichts beternommen. Ein Ladenangestellter sagt, das Clever will Gage nach einem hitzigen Streit erschossen hat. Das ist es. Guck mir nichts an. Oh je. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. One, two, three. Oh yeah! I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing them. Oh yeah! Nice. Und ich hab'n Erfolg. Polizeischule. Bestanden. Streifendienst abgeschlossen. Du hast dir für deine Leistung eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Oh yeah! Alles klar, alles bestanden. Oh mein Gott. Schließen. Und es speichert. Und es speichert. Oh yeah! Match zur Nummer. Wie geht's euch? Das ist das denn super! Der Hotscheid ist hier, neben dem Map. Was ist das Problem? Das ist Biggs. Er ist eine Institution. Das ist das all die Fuss ist über. Warum können sie nicht aufbauen, dass ich mein Platz habe? Sie haben noch nicht verabschiedet, der Geld ist. Der Bond-Iche wird nicht bis Ende. Es wird Jahre bevor das Ganze passieren. Hier ist dein neues Partner, Stefan Berkowski. Ich habe alles über dich, Phelps. Du gehst einfach auf mich und lass mich an den Odd-Citation, und vielleicht werden wir zusammen. Ich bin hier für lernen, Detective. Oh, he ist ein intenser, ist er, Mel? Intense. Der neu-minted Detective hier, Cole Phelps. Hi, Phelps. Ich werde mich an den Augen auf dich. Ich könnte ein bisschen Zeit spüren, in Reflected-Glory und machen eine Veränderung von Busten-Hookers und Dope-Fiends. Wer war das, Commander? Roy Earl, Chief Detective und Ed Weiss. Sie sind alle wie Film-Stars? Roy ist ein Film-Stars. Und der ganze Zeit des L.A. ist sein Publikum. Was ist das supposed to mean? Stick mit mir, kid. Du findest. Und jetzt ein paar Haus-Küpfung. Warm Central Division. Willkommen für Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. Er ist der Mann, der die Verkaufelte der Verkaufelte. Stand up und take a bow, Phelps. Wenn es alles gut mit dir, Herr. Ich bin ein Felser. Sch, sch, sch. Widerf. Phelps ist ein von zwei zwei LAPD-Hösen-LAPD-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen. Du hast dich die jäsen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen-Hösen. Ich habe mein Best, Captain. Warum, Sie war-Heroen immer so modest? Ich habe Pardonen Phelps mit jeder's favorite Pole, Stefan Vecals. Ich hoffe, du magst, Kud. Ich hoffe, du magst, Kud.